hallo ihr lieben so mein arbeitsplatz wird fertig gemacht und ich habe so ein paar neue sachen gekauft und möchte die jetzt auch ausprobieren und ihr seht schon was da jetzt so alles auf den tisch fliegt ich habe schon das harz angemischt es geht also wieder um epoxy tarts ich habe neue formen in sachen lesezeichen ich glaube viele machen ja lesezeichen als erstes ich mache es viel viel später und habe dann so ein zwei sachen ein paar sachen waren in dem set schon mit drin aber ansonsten habe ich so kleine sachen die man rein machen kann eben auch trocken blumen habe ich jetzt dann dafür extra noch mal geholt beziehungsweise die trockenblumen hatte ich schon aber noch gar nicht so viel genommen und ich muss mal sagen dass die lesezeichen für mich so ein bisschen eine herausforderung sind weil man nicht so eine tiefe gießhöhe und die tiefe gießhöhe ich hoffe ihr wisst was ich meine also ich kann nicht so viel reingießen und muss trotzdem irgendwie die blümchen reinkriegen oder andere sachen und die dann eben nicht hoch also ich habe wenig chancen eine zweite schicht drüber zu machen und da habe ich jetzt noch nicht so richtig so den dreh jetzt raus aber ich fand sowieso erst mal ganz spannend weil ich jetzt mal wieder anfangen wollte mit lesen und habe gedacht warum nicht mit neuen lesezeichen und dadurch habe ich dann so ein bisschen geschaut ich habe so kleine süße metallteile die man rein machen kann da steht zum beispiel family so in herzform sehr 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 süß und die habe ich dann so ein bisschen da rein gemacht eben auch die trockenblumen habe dann auch die normalen farben auch rein gemacht ich experimentiere ja jetzt aktuell auch so ein bisschen mit dieser im dunkeln leuchtenden farbe die ich echt mega finde also auch wenn ich noch nicht den kompletten dreh draus habe aber ich finde es echt toll und hoffe da natürlich dass ich da ein bisschen mehr dann raus bekomme und habe jetzt auch immer dann sieht er ja dass ich damals ein bisschen versuche immer noch so ein bisschen runter zu stupsen und ja ich habe auch die tollen glitzer sachen daraus habe ich zum beispiel auch buchstaben gemacht für eine freundin und sie hat dann da jetzt so den namen draus gemacht für eine andere freundin also ich habe es für sie selber gemacht und genau also dadurch ist das wirklich was ganz 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 zuckersüßes ich finde auch das glitzer wirklich nicht schlecht weil das einfach ein bisschen grobkörniger ist und dadurch wirkt es noch mal viel schöner viel edler zumindest für mich und genau und dadurch habe ich dann so ein bisschen für mich das ganze ein bisschen ausprobiert habe so ein bisschen die farben auch reingemacht so dass das vielleicht sich so ein bisschen noch vermischt wie gesagt das waren jetzt meine ersten und auch die ersten wo jetzt so eine flache höhe eigentlich ist wo ich gieße also es war jetzt nicht ganz einfach muss ich sagen war ein bisschen schwierig aber es hat sich gelohnt glaube ich und das ergebnis seht ihr selbstverständlich auch zum schluss hin wieder und habe dann neben den lesezeichen habe ich auch so ich weiß nicht wenn ihr seht werdet dann wissen was ich meine so eine für die gitarre wenn man e-gitarre zum beispiel spielt dass man diese plexen ob man mit diesen jetzt wirklich spielen kann bezweifle ich aber ich fand das tatsache eine sehr hübsche idee und vielleicht daraus zum beispiel auch eine gitarre eine kette zu machen und dadurch kam ist man da so ein bisschen freier in dem ganzen sich da so ein bisschen auszutoben aber wie gesagt erst mal waren es jetzt die lesezeichen habe ich wie gesagt auch die leuchtfarbe wieder reingemacht was ich sehr sehr spannend auch fand für mich wie gesagt es ist sowas wieder toll wenn ich dann ins dunkle gehe und dass dann sehe wie es leuchtet und ja aber die leuchtfarbe habt ihr ja schon in dem anderen video auch gesehen und dadurch kennt ihr sie schon also es sind jetzt die die auch links stehen man sieht wenn man es eingerührt hat nicht welche farbe es ist man sollte sich also die deckel nicht vertauschen also achtung achtung ich glaube nur eine einzige farbe wo ich das gefühl habe okay das könnte die jetzt sein weil da aber so ein leichter film auch drauf ist aber wie gesagt eigentlich ist es kaum zu sehen welche farbe das ist das sieht man wirklich erst im dunklen und ja und dann habe ich noch eins mit alkohol in farben gemacht das ist jetzt nicht ganz meins geworden und das aber nicht mal weil es jetzt nicht ganz so schön aussieht sondern einfach weil das so geploppt hat also so würde ich jetzt übersetzen und dadurch finde ich hat so ein bisschen an wirkung verloren und war dann nicht ganz meins so und hier seht ihr wie ich die kleinen pleck drin gieße und halt auch eine aufbewahrungsform beziehungsweise eben auch was man so als kette nutzen kann eine gitarre und ich habe sie jetzt zum ersten mal ausprobiert ich finde die qualität mega ist eine unheimlich stabile art von der form und dadurch war das für mich jetzt erstmal von der form her sehr sehr gut und musste auch erstmal so ein bisschen schauen wie funktioniert jetzt wie wie voll muss man die andere form gießen und so weiter und so weiter also war jetzt so ein bisschen einfach ausprobieren und ich nehme euch ja gerne so auf diesem weg irgendwo mit und zeige euch gerne wie so wie ich mich da auch so ein bisschen ran taste weil das ich glaube manche sachen probiert man dann vielleicht selber gar nicht aus weil man merkt okay da hat schon einer gesagt das doof und dementsprechend ja also ich freue mich immer wenn ich dann euch so ein bisschen mitnehmen also falls ihr da gerne mir ein däumchen nach oben da lassen wollt oder auch gerne ein abo ich freue mich sehr ich danke euch so von herzen und ich bin ja so ein gemischter kanal ich bastel halt viel ich probiere so viel aus und dann habe ich aber eben auch eine andere leidenschaft nämlich die musik ich gehe unheimlich gerne so in kleine clubs wo live musik stattfindet und hier in berlin sind es für mich aktuell drei hauptclubs wo ich oft hingehe das ist einmal die hafenbar in tegel und die junction bar und auch das rickenbackers für mich halt orte wo ich sehr sehr gerne hingehe es gibt auch bands wo ich immer wieder gerne hingehe und dementsprechend da filme ich halt auch sehr gerne mit ich bin nicht so der große tänzer ich bin halt eher der genießer der daneben sitzt und genau und dadurch lade ich halt so und dass zwei videos hoch einmal mit basteln und einmal mit musik und je nachdem wie ich auf konzerten war dann eben auch ein komplettes konzert was ich erst mal hochlade und dann eben immer wieder mal einzelne lieder damit halt nicht nur das komplette konzert ich glaube nicht dass sich jemand das komplette konzerte mal anschaut aber ich will es für mich halt selber auch also dadurch macht euch da keine gedanken ihr müsst nicht das komplette gern sehr schauen ich bin eher ich will es für mich halt selber manchmal mache ich auch einfach wenn ich irgendwie was ich nicht in der wohnung rumwusel dann mache ich einfach das youtube video an von dem konzert und höre es mir an und dadurch also keine sorge die lieder kommen einzeln falls da jemand gerne mit hören will und aber wie gesagt ich versuche da immer beides hochzuladen damit halt auch beide jeweils an zu ihren bedürfnissen halt kommen und eben nicht nur immer das eine hochgeladen wird wie gesagt also gerne ein däumchen nach oben kommentare ein abo und wie gesagt ich freue mich sehr vielleicht schaffen wir sogar die 300 noch und ich hätte nie gedacht dass überhaupt so viele sich meine videos anschauen weil es ja wirklich für mich und komplett als hobby mache und ich das eigentlich nur durch corona so ein bisschen angefangen hatte und genau ja ihr seht ich gucke immer erstens versuche ich immer so komplett wie möglich das harz auch aufzubrauchen weil ich finde harz ist teuer genug da braucht man jetzt nicht irgendwie gucken dass man das dann wegschmeißt sondern ich versuche es halt wirklich dann immer komplett aufzubrauchen und eben teilt auch als zusätzliches irgendwo mit zu lagern das wie mit buchstaben oft gieße ich ja auch buchstaben wenn ich noch harz übrig habe und verschenke halt auch gerne so eine schlüsselanhänger weil die einfach so so schön immer sind und dadurch gibt es auch so viele schöne schlüsselanhänger von mir und die ich auch schon komplett verteilt habe in meinem familienbekannten bereich und dadurch ist es für mich immer wichtig zum teil habe ich soll sich immer mit hochgeladen zum teil jetzt auch nicht und genau so hier ich setze mich immer auf die erde zum auspacken und dementsprechend ich hoffe ihr seht alles ich hänge danach noch ein video mit dran wo ich euch noch mal zeige und aber ich war so neugierig und wollte euch gerne beim rausnehmen mitnehmen und habe dadurch gedacht okay dann machen wir das jetzt so und genau ihr seht also die ich finde die form mega toll und die lassen sich unglaublich gut auch rausnehmen und wie gesagt sehr sehr stabil was ich für mich selber auch sehr toll finde hier bei dem pleck drin das ist teilweise auch was eingestanztes was wirklich auch sehr sehr schön ist ich werde die bestimmt noch mal gießen und werde dann mir einen schönen ketten anhänger von machen und dadurch ich finde fast alle wirklich gut geworden jedes hat so seinen charakter und hat da so ein bisschen was tolles was man dann raus zieht aus dem ganzen auch das mit den alkohol in farben ich muss immer noch mal schauen weil ich habe immer auf der einen seite sieht das immer so ein bisschen merkwürdig aus ich habe aber noch keine idee wie es am besser machen kann und aber ich werde auch das wieder rausfinden und genau also das sind so die pleck drin die ich gegossen habe wie gesagt eine sehr schöne art wenn man zum beispiel einem musiker eine freude machen möchte wie gesagt ich glaube wenn man sie ein bisschen dünner gießt kann man bestimmt auch mit arbeiten an der gitarre aber so würde ich sie jetzt nicht wahrscheinlich für den musiker dass er damit spielen kann so und hier haben wir dann so direkt gitarren ihr merkt schon bei mir das musikprogramm und fand ich wirklich echt schön auch wie die rausgekommen sind das war halt mal wieder was anderes auszuprobieren und genau einfach mal ein bisschen kreativität auch noch eine gitarre und ich finde das grün ja so mega also manche farben leuchten so 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 schön so jetzt haben wir noch eine gitarre die halt von beiden seiten total unterschiedlich aussieht eine ganz normale akustische gitarre ist noch mit bei und jetzt kommen noch die beiden wo man das pleck drin rein machen kann also die fand ich auch sehr sehr schön geworden ich glaube die kann man auch wirklich können auch musiker wirklich auch so nehmen um ihre sachen rein zu machen da passen auch einige rein und das hier ist der deckel von der aufbewahrung schachtel falls ihr das schlöpfen jetzt hört ich habe mir den tee noch dazu geholt und damit ich da so ein bisschen immer mal was von trinken kann ja auch die schachtel finde ich sieht komplett jeweils anders aus und genau und da kann man sie schön rein machen und da passen auch einige rein also dadurch ist es dann auch sehr sehr schön und ich war auch sehr überrascht dass die schachtel auch zugegangen ist gibt ja oft irgendwie dann so schachteln gerade mit dem epoxy tarts die da nicht so schön stimmig sind was aber auch vollkommen normal glaube ich ist wenn man zum beispiel zu weiches silikonform hat aber jetzt diesmal hat es wirklich sehr gut geklappt und fand ich auch sehr sehr toll so und dann sind es eben noch die lesezeichen wie gesagt das mit den alkoholigen farben war jetzt nicht so ganz meins und ich zeige es euch aber gleich noch mal im schnell durchlauf weil ich glaube das sieht man jetzt gar nicht so schön wie es gerne hätte und aber ich dachte mir das zeige ich euch dann noch mal ich muss wagen für die geringe höhe wo ich gegossen habe hat es auch relativ lange gebraucht zum aushärten und dadurch war das dann auch gar nicht so einfach und hier sind meine kleinen herzen und die zeige ich euch wie gesagt gleich noch mal und ich finde es bis auf das alkohol ink finde ich die alle echt schön geworden für mein erstes mal und auch die gehen übrigens also ich finde die form wirklich gut also für den preis leistungsverhältnis wenn ich gibt es viel viel schlimmere sachen die ich jetzt auch schon mal bekommen habe ich habe die auch über amazon bestellt und dadurch das war jetzt gar nicht so einfach manchmal und hier jetzt noch so ein bisschen im schnelldurchlauf und damit ihr sie noch mal ein bisschen näher seht kurze info noch mal zum epoxidharz bitte unbedingt darauf achten dass ihr handschuhe dabei tragt das ist eine chemische reaktion wichtig ist auch eine maske zu tragen und einfach gut aufzupassen dass ihr das nicht an euch rankommt ihr solltet ein extra raum dafür haben damit das auch nicht in die lunge kommt selbst wenn es dann aushärtet und ihr nicht mehr direkt aktiv gießt also dadurch bitte unbedingt darauf achten es ist ein tolles hobby aber es ist einfach auch ein hobby wo man gut auf sich aufpassen muss weil es einfach gesundheitlich nicht ganz so einfach ist und dadurch bitte bitte gut aufpassen und falls ihr da noch fragen habt schreibt sie mir gerne in die kommentare damit ich da einfach im zweifel noch mal drauf eingehen kann ich mache es hobby mäßig ich habe ein extra raum in dem sinne wo ich halt auch andere sachen mit drin mache aber dort lebe ich nicht dort esse ich nicht dort was auch immer also dadurch ist das für mich die gute variante und genau hier seht ihr noch mal eben den lesezeichen auch die kleinen herzen sieht man glaube ich ein bisschen besser und jetzt kommt gleich noch das dunkle und ich wünsche euch schon mal einen wunderschönen sonntag ich freue mich dass ihr wieder dabei gewesen seid und dann wieder bis bald tschüss klopfen und dann wieder bis bald bis bald